Hallo Welt! Da sind wir wieder. Wahrscheinlich hier in der Hölle der vielen, vielen Hände. Aber wir sind ja optimistisch, wir sind ja positiv eingestellt. Also sage ich, in der Welt der helfenden Hände. Sie werden uns schon helfen. Ja, sie zeigen uns schon den Weg. Alles ist gut. Moment, ist das das gelbe Zeug hier, wo wir gerade durchlaufen, ist das das von... Das? Ist das das, von wem ich denke, dass es das ist? Nicht zu nah an die Wände waren. Das sind nämlich Hände. Die Wände haben Hände. Oh mein Gott. Oh, runter hier. Das waren die Hände. Jetzt kommen die Köpfe. Ja, jetzt kommen die halben Körper. Oder? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you battled from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Get out of the way! Get out of the way! Hide in the way! You will die. Na, jetzt spinn doch zur Seite schon. Warum ist sie jetzt nicht gesprungen? She's going to die. Ich möchte hier nicht sterben und ich möchte hier auch nicht am Boden liegen so gerne. Warum? Ich drücke die ganze Zeit, springt zur Seite und sie springt nicht. Ist die Taste kaputt? War es mal wieder die falsche Taste, was wahrscheinlicher ist. Hey, wir haben jetzt Odins Schwert. Ja. Ein gesegnetes Schwert. Da könnt ihr uns gar nichts mehr. Wir glauben nur, dass ihr das könnt. Und wir tun so, als könntet ihr wirklich was ausrichten gegen uns. Komm, Terlu. Das Miro. Das Miro für uns ist verbunden. Es ist verbunden. Aua. Ja, geht doch. Jetzt geht's. Das Miro für uns. Nein. Nein, so viele wieder. Aber ich mag das gar nicht. Be' hinsch. Be' hinsch. Nein, wir müssen schon richtig treffen. Wir sind jetzt aber... Das ist aber eine Frechheit schon wieder. So viele. Auf uns. Aber wir haben Odins Schwert, das habt ihr eine echt. Woher hat er gewusst, dass wir jetzt aufhören uns zu drehen? Oh nein. Remember your training. Take him down. Take him down. Get him down. Fine. Na ja, wenn das jetzt so weiter ginge, wäre es ja okay, aber... Sie ist so weich, sie ist so weich, sie ist so weich. Sie können dich weich sehen. Ich weiß, ich weiß. Wir hätten nicht runterfallen müssen unbedingt. Schau! Sie kann es trotzdem tun! Sie ist krank. Sie ist krank. Sie wird weg. Sie bleibt einfach stehen. Jetzt rollt sie nicht mehr. Da rollt gleich der Kopf. All because you were a coward, because you banned from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they... Hm, vielleicht warten wir erstmal, bis er zu Ende geredet hat. Was der Suffere, Zinbel? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? Zinbel, 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 Zinbel. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you banned from your curse instead of you. You're facing it. When you turned your back on the father, Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Do you hear the suffering, Zinbel? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were lost brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you banned from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Jetzt müssen sie vergessen, sie macht das entsأن ringing. Stimmungsvoll und gruselig, jetzt wird sie einfach nur noch lästig. Ja, ja, komm schon. Ja, jetzt hat sie wieder nicht gerollt. Sollte aber rollen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Keine gute Idee, dieser Sprungangriff. Stop them! Take him down! Who is it? Galina! Where are you? Do you hear it, Senoa? It's dead. Do you hear the voice of your mother Galina? She calls for you, Senoa. Go to her. Answer her pitiful call. Darkness took her life. Mama! I need you! Help me! Don't surrender to the darkness. Darkness is here. You're both dead. You both surrender to the voices. Even your dear beloved mother was powerless against the darkness when it came for her. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same. The world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? Oh, something green is burning. Hey! I've seen the green one. Hey! You have two! I have only one! Hey! Hör auf damit! Lass das! Lass das! Hey! What is that? Where did you do that? How did you do that? Clös guerra! Just leaving all the hits. Not in order. I will to believe that. Sie ist hart, dieses Blut! Du fieser Mob. Oh, ne much. Ich hab nicht gesehen, dass wir einen Speicherpunkt bekommen haben. Lukas ist stammt, hat er schläft. Sie hat mich entschieden. Das ist jetzt! Es ist nearly over. Quickly, get up! Sie kommen! Sie ist injured, aber sie können still do it. Watch out! Oh, ja, jetzt hört aber mal auf hier. Jetzt echt? Ist das euer Ernst? Zu dritt. Und das bei dem Wetter. Macht mal eine Pause. Da, zu dritt immer noch. She's come this far, she needs to go too slow. Oh, die sind noch wohl auf, alle. Oh, die sind noch mal auf. Hört mir doch auf. Oh, schade. Oh, schade. Oh. 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 Oh, steh schnell auf! Oder bleib liegen. Faszinierend. Work with 1919 in San 바뀌라는 Academy! Fofus! Fofus! Fofus, now! Focus! Jetzt! Jetzt! Du kannst das! Fokus! 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 Du kannst das! Du kannst das! Fokus! Das ist die einzige. Fokus! Sie sind gewinnen! Fokus! Take him down! Take him down now! You can do this! Focus! I'm ready to kill them! You're pretty capable warrior. Remember your training. Sie ist herz. Sie ist injured. Sie wird weggekommen. Das war's. Go! Fight again! Spill their blood! Focus! Now! Focus! You can do it. You're close. Shit. I can't do it, but I can't do it. 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 It's nearly over. You've finished. I can't do it. 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 Behind you! Hey what? Watch out! Why do you still fight on? Maybe you two should suffer with your brethren in this rot and let your blood sink into the seas of the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him even if his soul could be rescued? Do you think he thank you for what you have done to him? To his friends? To his father? Y'all the who...? Iya. Heheheh... Sie werden sterben. Sie kann nicht reichen. Sie sind schief. Sie sind schief. Sie sind schief. Sie sind schief. Focus now! He's down! That's it! Get out! Get out! Get out! You're close! Focus! Fokus! Stop them! Finish this! End it now! Stop them! She's gone to die! Watch out! ja das war das ist aber heftig und wir dürfen noch mal von vorne was passiert so 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 ja liebe Welt da draußen ich weiß nicht was da gerade passiert ist aber ja wir kommen weiter ich glaube ich bin mir sehr sicher dass es kein fehl aber vielleicht sollte man das nicht überleben an der stelle vielleicht war das so gedacht dass zum schluss wirklich alles kommt so und irgendwann zwischendurch im kampf hat man es wahrscheinlich dann schon erreicht denn wie man gesehen hat da waren ja noch drei ich kann es nicht mehr nicht auf meinem eigenen wo bist du Mutter ich will mit dir sein au at night she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother to go to a place where the darkness couldn't reach her Sinoa, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Sinoa? In us? Come back to me. Please. Please. The hardest battles are fought in the mind. Er gab es die Worte mit der Worte zu kämpfen, in mehr Weise als eine. Und sie gab ihm ihre Worte, nicht zu verabschieden. All sie brauchte war ein bisschen Hilfe, ein bisschen Hoffnung. Oh, liebe Wilder draußen, wir sind am Ende der Folge. In der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Und ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!